Hallöchen und herzlich willkommen in der Tundra, nein, ich möchte sagen Wüste von Overcock 2. Und wenn wir über Wüste reden, dann ist natürlich einer dabei, der sich ganz besonders freut, dass er in seinem festen Fell, was er Haare nennt, auch Sandpartikel findet. Hallo Gorilla. Unendlich Sandpartikel, mein Freund. Hallöchen da draußen. Da muss ich den Schimpansen erstmal ausklopfen. Ach nee, du bist ja ein Gorilla. So. Ich bin so ein Gorilla. Ja. Aber manchmal auch ein kleiner niedlicher Schimpanse. So, lass uns mal anfangen. Fällt mir gerade ein, wo ich Planet Zoo wieder streame und auch noch schneide. Die Folgen aus der Corona Shutdown. Was müssen wir an einem Feuertopf machen? Nüdelchen, Gehacktes, Erbsen. Ein Wok, der wieder kein Feuerproblem hat. Lecker, 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 lecker. Ja, ja, wir können also Wokverschiebung machen, alles klar. Und wir fangen an und brauchen Nudeln. Die können, glaube ich, direkt in den Wok. Ja. Fleisch muss gehackt werden und Pogchoi muss gehackt werden. Ich mache Fleisch, du machst Pogchoi. Pogchoi ist auch schon drin. Das nächste ist eigentlich identisch. Ja, genau. Nicht nur eigentlich, es ist identisch. So, und bei dir da unten. Einmal Fleisch. Wir müssen halt nur im Auge behalten, dass der Wok unter Feuer bleibt. Erstes Gericht ist raus. So, ich mache schon mal eine Nudel oben rein. Ich mache schon mal ein Pogchoi für dich. Und du machst einmal bitte, ähm, genau. Und dann bitte einmal den Wok nach oben verschieben. Oh, du musst auch noch treffen. Das ist ja kacke. Da unten ist eine Wokpfanne. So, ich schmeiße dir mal eine Nudel da rein. Und der ist auch mit Schrimp. Ich mache Schrimp, du machst Pogchoi. Pogchoi. Ich verkaufe direkt. Sehr gerne. Wir müssen wieder verschieben. Ja. So, ich bestücke wieder mit, du machst Pogchoi. Ja, du machst vielleicht, ne? Ja, genau. Ist drin. Haben wir Teller drin? Ich spiele, ich spiele, ich spiele. Super. Ich verschiebe. Ja, sehr gerne. Mach auch gleich den zweiten da unten mal und Nudelchen rein. Jetzt ist zum Beispiel gleich mitnehmen. Da ist gleich von mir so ein Unter-Delber. Deswegen habe ich das total nett gesagt. Weißt du, so frei nach dir die Wiese, die hättest du auch gleich mitnehmen können. So. Unten ist schon eine Nudel drin. Ja, wir müssen auch wieder verschieben. So, wenn du machst gerade Schrimp, dann der Nächste ist auch mit Schrimp. Ich mache den Schrimp, du machst den Pogchoi. Ist schon drin da oben, ist klar. Der Schrimp ist auch drin. Hier kann verkauft werden. Ja, ich könnte mal verkaufen, so. Und dann nehme ich gleich mal einen Dreckteller mit. Und muss wieder verschoben werden. Also, die Feuerstellen sind hier sehr ineffizient. Ich verschiebe meinen hier oben. Ich habe aus Versehen ein Gericht übersprungen. Das heißt, wir müssen jetzt das nächste auf jeden Fall mit Fleisch machen. Ja, ich kann ja schon mal den Fleisch hacken und schmeiße das unten rein. Und die Nudeln mache ich auch. Du machst den Pogchoi. Nein, ich mache den Pogchoi. Ich wollte eigentlich verkaufen, aber da hat mir das irgendwie einen Strich durch die Rechte gemacht. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist das hier ein bisschen seltsam. Ich übernehme mal die Dreckteller. Supi. Warte, Gericht da oben ist ja noch schon fertig. Nudeln, 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 Nudeln. Nudeln. Pogchoi, wenn du schon mal Zeit hast. Ich kann mich da oben um den Verkauf kümmern. Ja, auch wenn den Teller hingelegt hast. So, du machst den da unten fertig. Ich mache da oben schon mal. Ich will das runterziehen, aber du musst runterziehen. Ich übernehme das Spüren. Ich übernehme das Spüren. Ich übernehme das Verkauf. Sehr gerne. Hast du? Ich verschiebe. Ich schmeiße hier schon mal eine Nudel rein und verschiebe die einen nach unten. Der nächste ist wieder mit Fleisch. Die sind jetzt alle mit Fleisch, ey. Das ruht wie alle. Ich übernehme Pogchoi. Alter, was machst du hier? Warum hast du hier alles zugeballert? Alles. Alles. Du kannst nix. Es ist ein Chaos in deiner Gegend. Das ist unglaublich. Musst du hochschieben. Gehen runter, bitte. So, ich übernehme wieder die Dreckteller. Danke. Jetzt muss ich mal ein bisschen Ordnung da reinbringen. Beleg dir da alles. Das ist unglaublich. Ich übernehme den Fleisch. Super. Alles da rein. Ja, danke, dass du wegschiebst in dem Moment. Alles gut. Ja, mache ich extra. Ja, weiß ich. Du gehst in den Verkauf. Alles klar. Ich stelle mich hier unten schon mal hin. Ja, genau. Eventuell musst du den noch verschieben. Ich weiß nicht, ob da was kommt. Boah, das war just in time. 1063. Das riecht gut. Ja! Alter. Schön, wa? Ich sag ja, man muss nur im Team zusammenarbeiten. Ja, dann geht das. So ist das richtig. Gleich auf Anni, weißt du, boah, die können ja mal, ich wollte gerade sagen, du könntest auch mal einen Knopf drücken, aber ich wollte gerade sagen, die können ja auch mal ein schweres Level rausbringen, aber dann fiel mir ein, dass das eine ziemlich bescheuerte Idee ist, weil A, werden sie es tun und B, werden wir dann wieder elend versagen und verzweifeln und uns kratzen, beißen und unsere Mütter beleidigen. Ich erinnere an das erste Level bei der heutigen, beim heutigen Aufnahmestart. Ja, das ist aber schon ewig hier. Letzte Woche. Da fick ich die Zuschauer. Ja, ja, eben. Genau. Was war das jetzt? Ach, scheiße, hier hat noch irgendjemand von WhatsApp aufgelassen. Vollidiot. Was müssen wir denn machen? Wir brauchen Mehl und Schrimp. Ich übernehme den Schrimp und hacke den wahrscheinlich. So, ich werfe dich mit Fleisch ab dann. Dass die Sau das nicht fängt, ne? So, dann nehme ich den direkt mit, packe den oben rein. Der zweite ist bestückt, der dritte ist bestückt. Ich befülle den einen schon wieder mit Mehl. Ja, sehr gut. Den tue ich nicht, weil hier ist schon wieder irgendeine Ratte, die hier durch die Küche wandert. Äh, was haben wir denn? Schrimpmehl, Mehl, Schrimp, ne? Kann ich dir irgendwie, sag ruhig Bescheid. Aua! Hätte, aber jetzt ist okay. Ich nehme den mal runter. Ich habe den seitlich gestellt. Ich weiß, es war blöd, aber... Alles gut. Alter, was ist denn das für ein Kackwurm hier? Ich gehe dir aus dem Weg. Äh, du brauchst jetzt ein Fleisch, ne? Für den nächsten brauchst du... War das jetzt Fleisch oder Schrimp? Äh, jetzt brauchen wir Schrimp. Schrimp, Möhre, Möhre, Schrimp. So, Schrimp. Ich übernehme den... Da ist die eine Schüssel hin, Alter. Ach, hier. Achso, die ist jetzt schon fertig. Da ist der Schrimp drin. Ich übernehme eine zweite Möhre. Sehr gut. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Kacktier? Hol doch mal jemand den Kammerjäger. Das ist doch unglaublich. Pack da schnell rein. Habe ich, habe ich, habe ich. Mach du die Dreckszeller dann? Äh, ja. Ich versuche mal eben hinter diesem... Ekelwurm hier entlang zu kommen. Ich lasse hier oben drin. Die sind schön nah bei dir an einer Ausgabe. Dann, du musst direkt den Teller da... Jetzt hol dir das Gericht jetzt ab. Ich komme nicht an dem vorbei. Ich komme nicht an dem vorbei. Okay. Okay. Ich verkaufe. Supi. Ich muss mal eben die Ratte hier durchlassen. Ist ja widerlich. Ich habe dir doch gesagt, nimm die nicht mit. Die stinkt. So, erstmal wieder alles ordentlich machen. So, ein Mehl. Noch ein Mehl. Ich bestücke aber nur zwei. Das ist ein Möhre, also... Was ist los? Weil das eine Gericht hier fertig geworden ist. Da musste ich mich jetzt mal eben beeilen. Normales Fleisch. Hast du? Ja, ich weiß nicht, ob ich den vorher da rein kriege. Geht er aus dem Weg? Geschafft. Geh weg, 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 weg. Scheiße, 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 oh Mann. So, kannst du halt eine Gericht da... Okay. Ich komme da nicht... Naja, das ist halt dieser blöde Fickwurm da. Ich habe dir doch gesagt, der Darmbruch ist scheiße. An sich ist er das auch. Du musst oben Teller machen, damit... Ja, ich bin da bereits dabei. Kannst du den so wegholen? Ja, kannst du den einmal eben... Ich gehe in den Verkauf. Supi, danke. Ich spüre weiter. Supi, danke. Geh mal weg. Oh, jetzt kommt der von der anderen Seite. Was ist denn das für ein debiler Dreckswellensittich? Ja, der weiß auch nicht, was er will. Ach, der kriegt einen Klatsch, kriegt der. So, hier haben wir Nummer eins. Haben wir irgendwas mit Fleisch? Ja, wenn wir ein Gericht noch schaffen, dann sind wir Maschinen. Möhre? Hier, Möhre. Ja, bringt noch nichts, weil der Lindwurm genau in dem Moment einen langläuft. Weißt du, das ist halt das Fiese bei diesem Dreckswurm. Hack, tu rein da unten. Und nimm das Dreck mit. Ne, kannst ja noch gar nicht. Oh, mit Sternwellensittich, du. Mann, Mann, Mann. Wir brauchen nur noch einen Teller. Guck, dass wir noch einen Teller irgendwie kriegen. Ja, ja. Wenn wir das noch schaffen, dann sind wir aber die Könige der Welt. Ich nehme mir den Teller sofort weg. Drei. Ne, wird nichts. Wird nichts. Das ist aber auch, dieser Wurm ist ja vielleicht penetranter Drecksvieh. Schade, haben wir geschafft. Haha, Mann. Ich sag ja, einmal mit Profis. Oh, Mannometer, Mann. Das ist aber auch unsere Aufnahme heute. Die schmeckt mir wie Nutella und Marmelade auf Toast. Unglaublich. Also, ich weiß nicht, warum hast du denn diesen komischen Kakerlakenwurm da mitgebracht in die Küche? Ich hab gesagt, keine Haustiere. Das ist, wenn ich einmal den Hosenstall aufmache. Da ist ja nichts zu bändigen. Ja, der roch auch so ein bisschen nach Fisch. Weißt du? Ja, der sucht. Ja. Das ist, als ob du so eine Drohne loslässt, ja, die jetzt mit so einem Thermosensor jetzt irgendwas Lebendes sucht. Das ist so eine Körpertemperatur. Ja, genau, richtig. Ja, und das ist der. Kennst du diesen Wurm? Weißt du, auf Deutsch, ne? Jetzt lass uns mal locker bleiben, ne? Auf Deutsch, du hast wieder irgendwie unsauberen Sex gehabt und deswegen brennt dein Drache da unten wie Feuer. So ist das doch. Komm. Auf gut Deutsch, ja. Trifilis. So. Och, guck mal. Wok-Verschiebung. Endlich mal wieder. Wir machen die Wurftechnik. Ja. Ähm, Fleisch brauche ich von dir gehackt. Ich brauche einen Schrimp gehackt. Ich brauche einen Pak Choi gehackt. Du hast Fleisch. Ich brauche noch einen Pak Choi. Hab ich dir... Du hast mir nur einen Pak Choi. Nein, 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 völlig falscher Ansatz. Alter, völlig falscher Ansatz. Hör bitte auf das, was ich sage. Guck dir mal die Gerichte oben an. Die sind vierstellig. Das kannst du knicken. Das war jetzt. Komm, da fangen wir aber gleich von vorne an. Das geht aber nicht. Wir müssen auch die Gerichte nach und nach fertig machen. Du kannst doch nicht einfach einen Schrimp dir wegnehmen. Wo sind wir denn hier? Unglaublich. Ich hab gedacht, wir packen... Naha, geht doch nicht. So, hier. Ich geb dir jetzt einen rüber. So, der erste ist mit zweimal Schrimp. Ich brauche zweimal Schrimp, einmal Pak Choi. Ich brauche. Ja? Klare Ansage. Bähn. Komm, wenn du es schaffst, gleich reinwerfen. Und der Schrimp liegt da. Ja, geht doch. Einen Schrimp brauche ich noch. Und ich brauche noch Pak Choi. Kannst du mal was mit deinem... Ja, hier, komm. Scheiß hier machen, ey. Nix machst du. Ach, du kriegst doch gar nichts hin. Wo haben wir denn Teller? So. Immer weg. Oben bei dir, aber auch unten bei mir. Klau ruhig meine, du Arsch. Jetzt geht die Flamme hier aus. Ich kack im Strahl, ey. Hauptsache, wir fallen nicht ins Wasser. So, hast du? Ja. So, das nächste. Ich brauche zweimal Fleisch und einmal Pak Choi. Ja. So, ich versuche es, ja? Ja, ja. Wenn du es nicht schaffst, ist es nicht schlimm. Hauptsache, grobe Richtung. Mach ruhig. So, du brauchst einmal Fleisch, einmal Pak Choi. Ich mag meine Gerichte, die sind so einfach. Ja, deine sind schön einfach. Umstellen, umstellen. Ja, umstellen, umstellen. Hol dir gerne einen Teller. Ich gehe in den Verkauf. Ja. Ich nehme die mit und spüle. Du könntest jetzt mal... Oder du spülst. Spül du. Nein, ich weiß es nicht, wer spült. Ja, ist auch egal. So. Zwei Teller spüle ich, weil wir zwei Gerichte haben. Mehr Teller habe ich auch gar nicht zum spülen. So. Ich brauche von dir noch einen Schrimp. Und einen Pak Choi. Ja, ich muss jetzt aber was bei mir rein tun, ansonsten brennt das Ding gleich. Ah, nee, ist ja jetzt Flamme aus. Ja, ja, wirf, 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 wirf. Hier ist für dich ein Fleisch. Tu den, genau, und verschieben noch. Ein Schrimp. Nein, ein Pak Choi, du übernimmst jetzt bitte nicht die Führung. Okay. Wollte nur helfen. Nö, will keiner. Ich wollte nur helfen. Nimm dir gerne den Teller weg. Du hast einen Teller da unten, ne? Du hast einen Teller da unten, ne? Ja, habe ich. Das muss ich nicht erst mal ausbremsen, weil der wieder durchdreht, weil er glaubt, er wäre gut, weißt du? Ja, aber ich bin der Beste. So, ein Fleisch, ein... Der geht zu dir, den kannst du bei dir rein tun. Den tue ich da bei dir rein. Ähm. Ja, Pak Choi! Ja! Denk doch mal nach. Nudeln, brauche ich auch. Ja, wirf den Pak Choi mal rein und, äh... Hier, und du kriegst noch Pak Choi für dich. Ja. Hier, nimm doch mal. Umstellen. Ja, das ist natürlich klar, wo ich gerade einen Teller in der Hand habe. Ich hole mir mal eben einen Teller. Ja, wie du das willst. Ich kann schon mal verkaufen. Es brennt, es brennt. So, alles draußen. Dann, äh, Fleisch, Fleisch. Pak Choi. Fleisch. Zweimal Fleisch habe ich, den Rest muss ich von dir kriegen. Pak Choi. Fleisch werbe ich. Fleisch werbe ich. Gib mir noch was für mein Gericht. Ja, du bist ja nicht fertig. Hier, eine Krim, zweite Krim, dritte Krim. Und verschieben. Aber sofort. Mach. Hast alles, ja? Du brauchst nur zwei Teller. Du musst nur einen Teller waschen. Ja, ist doch egal. Ich habe doch Zeit. Du hast gar keine Zeit. Doch, habe ich immer. Geh, geh, nein! Geh zu meinem, geh zu meinem, geh zu meinem, geh zu meinem. Nein, 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 nein. Alles gut. Und jetzt sprinte. Oh mein Gott. Just in time, baby. Geh, sauber. Okay, wir waren sowieso schon drüber, aber man darf auch mal ein bisschen Hektik machen. Alter. Uuh, ey, das ist eine Folge, in der wir jedes Level mit drei Sternen gemacht haben. Sofort. Boah, ich fühle mich aber auch, als wenn ich jetzt 14 Wochen in Folge gearbeitet hätte. Im Schlafdorf oder so. Ich glaube, ich habe aber dreimal so viel Falten wie vorher. Ein bisschen Falten-Shapeau. Guck mal, wir haben ein fettes Schwein. Mit einer schönen Blume auf der Seite. Toll, ich höre mich mittlerweile bei dir selber. Kann das sein? Wenn ich mal so richtig in das Mikrofon reinbölke, höre ich mich. Ja, dann mach das einfach nicht. Ach so, dann soll ich also sanft sprechen. Gut, dann mache ich das. Dann spreche ich jetzt sanft und bedanke mich ganz herzlich bei deiner. Oder für deine Aufmerksamkeit. Also nicht deine vom Gorilla, sondern die dem Zuschauerin. Was? Hast du was gesagt? Kommt gut durch den Tag. Und wenn euch unsere fabulöse Drei-Sterne-Leistung in diesem Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, knuddel den Abo-Button und auch die Glocke. Ja, und dann sehen wir uns gerne nächste Woche Samstag. Dann spielen wir wieder Overcocked. Oder in der Zwischenzeit haben wir ganz viele andere Let's Plays auf unseren Kanälen. Mach es gut bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss, Leute.